und damit herzlich willkommen zurück zu schrei der angst mit kirschi und wir haben uns gerade fast in die hose gemacht ich will mich jetzt hier nur noch in die ecke setzen und weinen unter mir ist schon meine exkremente die ich ausgewandert habe vor allem diese ganze haufen hier ja und das rote das ist blut ja kirche hat noch einen größeren haufen gelegt und über den ganzen flur verteilt ich habe so eine heidenangst vor allem hat jetzt diese musik aufgehört und ich will nicht noch mal anfangen dann schneiden wir auch angst ja war der rom vorher anlass auf gebaut ich weiß es nicht ich weiß auch nicht ob ich wissen will jemand hallo in dem raum da glaube ich die shotgun nein nein hier ist hier ist mein magazin wie viele magazine hast du 1 2 6 schuss noch in diesem magazin und noch eins ich habe drei schuss und noch eins und du es mit ich kriege die shotgun naja stimmt ja ich hab so gesagt gut danke ich auch ich habe kalten schweiß überall nein 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 ok ich habe so eine angst ich auch wisst ihr deshalb heißt das schrei der angst weil ich dann auf einmal anfangen zu schreien nein 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 da liegt noch ein magazin nee das war das was ich letztes mal auch schon für ein magazin gehalten habe wo war jetzt das die shotgun hier die hier wird die shotgun drin ja da liegt sie auch ich seh sie schon von hier oh jo geil morschläckchen jo schon geil scheiße was ich habe doch die shotgun munition aufgehoben ja dann nimmst du auch die shotgun fertig ne 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 du nimmst die shotgun das bringt also nichts du hast die munition dafür ja aber du hast du hast eh schon fünf schuss von anfang an oh wow fünf schuss oh gott ich werde sowas von damit sterben ja ich kann die munition noch leider nicht droppen ich werde versuchen die möglichst sinnvoll einzusetzen ich habe angst dass hier hinten in den räumen noch welche sind ich habe drei schuss im aktuellen magazin ich habe auch drei schuss im aktuellen magazin die bitches brauchen übrigens immer drei schuss hier liegt noch morphin braucht es du welches hast du welches noch auf tasche äh keins ne die frage ist jetzt nämlich meins wir fallen eh gleich die treppe runter ja du gehst ja vor also solltest du die syringe kriege das morphium kriegen ist gekommen ich hab grad weiter zeug was mir nicht mit gefällt überatmen angst hey guck mal wir können da durchgehen können wir da wirklich durchgehen warte mal was können da doch nicht durchgehen können oder ne nein man kann scheinbar auch nicht einrasten boah wäre das jetzt gruselig gewesen wenn ein mädel hinter uns gestanden hätte bei den viechern musst du übrigens nein ich war nicht bei denen bei irgendwelchen musst du aufpassen wobei es kann sein dass das eine von denen war die schweben einfach nur auf dich zu und machen dich dass du selbstmord begehst was ja du hältst dir dann eine waffe an den kopf und schießt dich ab das ist scheiß gruselig ja es ist extrem vor allem die machen auch gruselige geräusche funktioniert ja anscheinend also ähm der treppensturz ist dir überlassen ja ich werde hoffentlich nicht runterfallen ich hör sie ja schon warte mal ganz kurze aufnahmenunterbrechung bis gleich ok bg und damit herzlich willkommen zurück beim treppensturz ich hab angst ja man sieht ja sogar schon dass die treppe da kaputt ist ja das stimmt ich versuche mal drüber zu jumpen ok ja nein 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 oh fuck ich hab den nicht auf dem quickslot ich muss nachladen ich hab den scheiß nicht auf dem quickslot ich bin am arsch ich bin tot ich bin tot ich hab den scheiß nicht auf dem quickslot gehabt was kriegst du es hin ich wie viele sind da noch zwei mindestens die stehen gerade um eine leiche rum du kannst es schaffen gib denen drei headshots und dann läuft das du hast ja noch genug munition oder ja ich glaube schon ich hab die waffe nicht auf dem quickslot gelegt ich hält ok drei mindestens bin ich erschrocken warum weil die so scheiß geräusche machen auch noch geh lass das ich lebe wieso lebe ich lebst du bist gesch- ich bin wieder am spawn ach du wurdest respawn das passiert ja aber es gibt keine viecher stirb einfach nicht stirb einfach nicht es gibt keine viecher oh mein gott oh jo ist der scheiß auch neu gestaunt der stuff boah wär das gut ich hab's geschafft es ist nichts neu gespawnt scheiße ähm aber ich kann das überleben ich muss jetzt einfach nur so schnell zu dir hinkommen ich hoffe dass die viechern wie komm ich jetzt da wieder raus ich weiß es nicht ich glaub man kann gleich irgendwo durch bleib einfach mal kurz da das ist für dich jetzt nicht so interessant für deine zuschauer jetzt auch nicht aber ich geh mal ganz schnell zu dir hin ich hab todesangst dass jetzt gleich irgendwo ein neues Viecher spawn ist und mich umbringt ja das kann ich verstehen aber ich glaub die Viecher spawnen nur neu wenn man ähm Level neu startet ich komm hier nicht raus also merken wenn einer stirbt einfach lange genug warten liegt da zufällig mal ne shotgun rum? ne aber dein licht und zwar nur dein licht deine taschenlampe liegt da nicht aber dein licht liegt da liegt einfach nur licht rum ah ich kann nicht mehr rennen ich hab keine Ahnung wie gruselig das ist wenn man dann das licht anmacht und sieht ah da liegt nichts ich kann nicht rennen ja ich komm hier nicht mehr raus das ist aber gewollt ich glaub da gehts irgendwie weiter ich bin jetzt wieder bei der treppe ich hab so Angst dass der Typ da inzwischen oben gespawnt ist ne ist er nicht? boah oh was hast du? ich hab's kaputt geschlagen ja ich sag doch man kann das kaputt schlagen warte kurz auf mich ja ich warte mich wundert dass mein shotgun da jetzt nicht rumliegt jetzt haben wir nämlich keine shotgun mehr ja oh Gott die Geräuschkriege überlässig ah oh Gott bitte sag mir dass du das warst ähm ich spring hier grad rum okay dann machst du das bist du grad über mir? ja boah machen wir doch nicht so ne Angst du Wichser ich bring dich um alter ernsthaft ich schieße gleich in den Kopf ich komm hier nicht mehr raus ach doch alter okay kalter Schweiß oh dieses Spiel macht mich moral äh seelisch fertig ne mhm ahja mir fällt grad ein ich hab ja Autospawn auf 30 Sekunden gestellt das heißt wenn man 30 Sekunden tot ist dann bleibt man dann respawnt man kann man sich irgendwie wiederbeleben? ja ich kann dich innerhalb der 30 Sekunden wiederbeleben wo bist du hochgekommen? ne einfach durch hochhelfen ich hab bin da unten durch und hab dann da da hinten hier ja ich seh es aber ich hab keine ahnung wie man jetzt weiterkommt hier 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 ja aber müssen wir jetzt ernsthaft da hoch springen oder müssen wir jetzt hier die Wand aufschlagen? ne ne wir müssen da hoch springen das weiß ich noch okay warte mal weißt du warum ich das noch weiß? ich hab das mit Freddy gezockt und hab Ewigkeiten gebraucht um hochzukommen 3 was wahrscheinlich wieder so ein Drucksprung ich muss meine Waffenkraft wieder neu belegen oder? kann man hier noch? ich hab's geschafft auch oh god nein boah ich hab's getötet gut ih was bist du fasst du das gerade? nein das bist nicht du das ist ein Foto okay okay ah es lebt noch oh god ich hab grad zwei Schuss verschossen das hat mir weh getan das hat mir weh getan nein 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 was? da steht please wait until everyone is ready ich bin doch nicht bereit doch bist du das ist der Wald was? Wald da steht's oh nein oh nein oh god oh ich suche jetzt nochmal erstmal vorher ab ob hier Waffen noch liegen oder Munition oder vielleicht ne frische Unterbuchse ja nicht schlecht na was macht denn hier diese schwulen Geräusche? ach da draußen im Wald steht einer ach so ja dann zum glück bin ich nackt dadurch fällt das ganze einfach nur durch meinen Stuhl durch auf den Boden durch deinen Stuhl? was hast du für komische Stühle? ich bin arm ich kann mir keine Stühle leisten die mehr als hast du so einen Campingstuhl? ja warum? dein Ernst jetzt? ja ich sitz wirklich auf dem Campingstuhl gerade warum? der ist bequem bequemer als mit den anderen Stühlen oh ich schwitz grad so extrem das glaubst du nicht obwohl es hier drin ziemlich kühl ist ja ich schwitze auch extrem ich hab kalten Schweiß ich friere nebenbei ok da wird gespeichert komm lass uns endlich speichern ok ich schieße sofort wild um mich wenn irgendwas kommt ne? und jetzt stürzt mein Spiel sowieso wieder ab ich bin richtig gerettet dadurch oh Gott nein oh nein ich weiß wo wir sind ich weiß wo wir sind oh nein mein Spiel ist nicht abgestürzt ich weiß auch wo wir sind was glaubst warum ich nicht raus wollte? du hast einen Munition gefunden du Arschloch nein auf der anderen Seite ist noch eine Shotgun so pass auf sonst ist das jetzt sehr äh you got branch ich hab einen Holzknöppel hier ist übrigens noch ein Morphium ähm hast du hast du schon einen Shotgun? ja mein Inventar ist grad voll aber ich hab jetzt so einen Stab und ich denk mal dafür warte mal wie lang ist der? also mein Stab ist länger aber ich lass jetzt mal den komischen Polizeistick fallen hast du die dritte Waffe auch noch mitgenommen? oh hier liegt Munition noch ja ja die hab ich dir da gelassen oh für die P äh 384 hier liegt noch ein Stick übrigens wenn du einen willst ja ich brauch keinen Stick ich will meine Polizei baiten haben okay ich hab Angst dass die nicht so gut sind doch doch die haben schon Zeit auf ich geh ganz bestimmt nicht durch Wasser ja mit dem Stock kannst du glaub ich weiter schlagen nein du musst nicht durch sondern übers Wasser das ist nicht so schlimm Hauptsache nicht durch du gehst ja vor genau deshalb bin ich nicht vorgegangen ja ich guck dir mal bitte die Gesichter an ja ich weiß warte ich mich drauf nicht drauf nein 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 drauf zu schießen das ist süß guck mal an wie süß ich ist ich möchte mit mir spielen guck mal ich möchte mit mir spielen ja das spielt ziemlich schmerzhaft mit dir ein bisschen okay ich glaub wir müssen daran vorbeispringen dann werden wir Simulation sparen wollen ja warte mal ich möchte grad noch mal meine Shotgun auf den dritten Slot legen auch gut dass du sagst ich sollte vielleicht meinen Slot auch neu überlegen wie viel Munition hab ich für die Glock 15 für das Ding hab ich 8, 16, 17, 18, 19, 21 ach ich hab die Shotgun nicht Vaser spielt Black Ops 2 und für die Shotgun hab ich gar keine Munition also das was im Magazin ist halt ja das sind 5 ich möchte auch gern meinen Stab auf der Taste behalten anscheinend da hinten stehen zwei große glaube ich ich hab's gesehen ich hab's gesehen er hat mich einmal getroffen ich hab Angst dass der große stehen ich bin gesprungen er hat mich nicht getroffen warte lass uns nochmal einen Blitz abwarten wir haben eh keine Zeit mehr also es geht nach dem Park geht es nach 2 Minuten 44 von daher egal oh hi noch so ein Ding alter ich hab schon wieder nicht hingeguckt oh das sind übrigens nicht die Psycho Omas ähm schieß nicht so viel mit der Shotgun aber du hast Munition ein bisschen ja da steht ein Riese oder ja da steht mindestens ein oh Gott hi ähm geh zurück geh zurück spring nochmal an dem Ding vorbei bin rüber gejumpt äh lass uns das Viech im Wald verarschen ja oh hi boah ich hab so Angst vor denen Alter das glaubst du gar nicht ey guck den noch mal ins Gesicht äh der bugt bei mir übrigens stimmt der geht nicht weiter ist so ne er bugt bei mir ähm er hat die Arme zweimal achso nein das ist die Reflektion vom Wasser die schlecht umgesetzt wurde wow Reflektion wow such Reflektion many good please more äh warte mal ich rüste jetzt mein äh mein Ding ins Haus mein Stab und schlag den tot ok hallo viel Erfolg wenn er dich einmal erwischt bist du tot AHHHHH oh Gott ich lebe wieso weg von ihm oh Gott ich konnte mich grad nicht bewegen er hat dich gedingst gestunnt? ja Moment ich muss nur kurz nachladen ich mach den jetzt mit der Shotgun kalt ich schieß glaube ich mit rein ich hab noch genug Schuss ähm ich weiß nicht ob der überhaupt sterben kann er kann sterben ich hab ihn schon öfter getötet er braucht nur viel Schuss ich treff ihn überhaupt nicht äh ja nehm ich mal die hier ich schieße ihn mir in den Mund da hinten steht noch einer übrigens ich schieße ihn mir in den Mund da hinten steht noch einer übrigens äh oh Gott ne das steht da rum hab mich grad gespritzt ich hatte nur noch 20 Leben also bist du auch Typ 1-Ziebätiger cool nein ich hab mich gespritzt oh Drogenchunky kann man hier schwimmen? will ich das ausprobieren? Nein man kann hier aber nicht runterfallen das heißt theoretisch könnte ich versuche jetzt ihn auszutricksen äh unser Teil ist gerade abgelaufen ich hoffe der Part hat euch gefallen haut da rein Leute bis zum nächsten mal und wow nein nein er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt er kommt nein uuuuuh